Hallo du da draußen! Bist du selbstständiger Unternehmer oder Unternehmerin im Bereich Beratung, Training oder Therapie? Hättest du gerne mehr Kunden, höhere Umsätze, aber gleichzeitig auch mehr Zeit für dich selbst und deine Familie? Dann geht es dir genau so, wie es auch mir vor einiger Zeit noch gegangen ist. Wünschst du dir, dass die Menschen bei dir Schlange stehen und gar nicht genug bekommen können von dir? Das geht einfacher und billiger, als du vielleicht jetzt gerade glaubst. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann komm doch auf mein kostenloses Webinar Endlich ausgebucht! Die drei wesentlichen Faktoren für erfolgreiches Marketing für Berater, Trainerinnen und Therapeuten. Hier kannst du dich anmelden.